... und einigen Firmen verwendet. Aber wir kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Ey, wehe, diese Batterie ist nicht außen. Hinter einem Sicherheitstor. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal holt. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City. Und ich, ich lese ihn einfach mal vor. Diamond City Surplus. Jetzt rund um die Uhr geöffnet. Die Geschäftsführung behält sich das Recht vor, Kunden des Hauses zu verweisen. Besonders Sitz. Hier ist Ray Smith mit Right Behind You, Baby. Das Lied hat echt eine ganz andere Wirkung, wenn man es um zwei Uhr nachts hört. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Hey. Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Ist ja gut, Entschuldigung. Alles in Ordnung? Was haben wir denn hier? Nur durch Beobachtung erkennt man die Schwäche. Deine Wahrnehmung wird dauerhaft um eins erhöht. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Dogmeat, Alter. Das ist sein Name. Dogmeat, Alter. Dogmeat, Alter. Na also. Sturgis. Verdammt. Das sah bei dir aber ganz schön einfacher aus. Hi. Willst du heute sterben? Nein? Dann weg dich. Ist ja gut, Mann. Warum sind alle so unfreundlich? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, also, es ist ziemlich im argen her irgendwie versuchen darüber zu kommen das war einfacher als gedacht auf in den commonwealth hier oben hier oben ist jemand ich glaub ich hab hier drüben was da sind sie da hinten kommen die rein okay krass warum kommst du nicht runter zeig mir die tolle knarre aus der nähe hier 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 so weit macht es ja schon spaß Wo? Da bist du. Guck mal, fucker. Haha. Das klingt nicht so geil. Das klingt nicht so geil. Was? Was? Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich les ihn einfach mal vor. Was muss ich machen? Warum schmutziges, radioaktives Wassertrinken, wenn man es rein und in Flaschen haben kann, Schengen-Kawulski's Green Watermatic? Was? 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 Boyle Brown ist wieder da mit. Good rockin' tonight. Na klar, da draußen ist was. Da ist nur das Feuer. Also nur Mittel. Ich bin da mit dem Weg gebrochen. Ich bin da mit dem weg. Was ist denn die Gegner aus dem Weg? schützern also eine gottverdammte todeskralle krass man nein siehst du was da konnte ich jetzt gar nichts machen weiter aber da werden die fertige mehr sie beschädigt werden bei der arme umbrauch sind stürmen die meisten oder den gegner zu und starten eine selbsterstörungsfrequenz das müssen wir wohl noch mal versuchen ok auf ein neues hier oben ist jemand warum kommst du nicht runter ich warte da ich 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 ein Stimpack reinhauen ein Stimpack reinhauen Kassmann wie willst du gegen diese scheiß Todeskralle ankommen ok ich mach hier erstmal einen kleinen Cut und ich werde mir was überlegen